Hallo liebe Leute, ich bin hier mit dem Charlie Roll in der Hollenburger Hüterpoint. Die heißt deshalb so, weil hier hinten das Hirterhüttel ist. Und hier haben wir in den letzten zwei Jahren mit dem Charlie unseren Le Baron, den Chardonnay, aus Hollenburg à la Bourgogne gemacht. Und wir haben jetzt vor einem Monat circa den 18er Jahrgang gefüllt. Und das ist ziemlich schön geworden. Und Charlie, what's your opinion about this wine? How happy are you with the result? I think we're both very happy. It went very well. I think we managed to get closer to this vintage 18 to Burgundy style compared to 17. So yes, we're really more on the elegant side compared to 17, I must say, I must admit. Okay, very good. This is really something I think really very interesting. Also ich glaube, man findet in Österreich selten einen Chardonnay, der so nah an die wirklichen Burgunder aus dem Burgund kommt. Und wie gesagt, jetzt gerade gefüllt, on sale bei der Apothek. Auch ein super Weihnachtspräsent natürlich. Schön aufgemacht von der Hollenburger Hüterpoint à la Bourgogne aus Österreich. Cheers. Wir freuen uns. Cheers. Cheers. mieć Nein. Dpiece diesen Mix. Cheers. Cheers. N Civit d Dee D D orang Okey. Toa kannst du mich hast. Undiec Chiöff. On May Wird. nuestros publications. wasyt Bliskoch. Vielen Dank.